Diese kleinen roten, gelben und grünen Farbsplitter an den Stränden sind weder Korallen noch Muscheln oder gar Schuppen von fabelhaften Fischen. Es ist industrielles Kunststoffgranulat. Man findet sie überall und das ist normal. Etwa 160.000 Tonnen Plastikgranulat werden jedes Jahr in Europa entsorgt. Fast alle Gegenstände unseres Alltags werden aus diesem Granulat hergestellt, von ihrer Salatschüssel bis zur Stoßstange ihres Autos. Diese Kunststoffkügelchen, die auch in Form von Flocken oder Pulver in den unterschiedlichsten Farben und Zusammensetzungen vorkommen können, zeichnen sich durch ihre sehr geringe Größe und ihre Umweltschädlichkeit aus. Sie gehen entlang der ganzen Wertschöpfungskette verloren, ob Herstellung, Verarbeitung oder Recycling. Aufgrund von schlechten Industriepraktiken, nachlässiger Handhabung oder Transportunfällen. Im Mai 2021 spülte ein brennendes Containerschiff tonnenweise Mikroplastik an die Strände von Sri Lanka, eine regelrechte Plastikflut. Europa ist von der Verschmutzung durch Kunststoffgranulate nicht ausgenommen. Ob Transportunfälle oder regelmäßige Lecks in Fabriken, Kunststoffgranulate verschmutzen unweigerlich die Umwelt. Die sehr leichten Granulate werden von Wind und Regen weiter bewegt, zirkulieren in Wassersystemen, Flüssen und im Ozean, wo sich chemische Schadstoffe freisetzen und an der Küste oder in den Mägen von hunderten von Arten und schließlich auch auf unseren Tellern landen. Surfrider Foundation Europe fordert die europäischen Institutionen auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Freisetzung von industriellen Kunststoffgranulaten zu verhindern, indem sie die Unternehmen der Wertschöpfungskette zum Handeln zwingen und sie im Falle eines Austritts in die Umwelt haftbar machen. Diesem Treiben muss dringend ein Ende gesetzt werden.